Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, dein Podcast für das Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so, so sehr, dass du da bist, dass wir hier Zeit miteinander verbringen können. Ich hoffe, es geht dir gut und diese Folge ist ein bisschen eine Special-Folge, denn wie du vielleicht gemerkt hast, ist hier nicht am Mittwoch erschienen, so wie die 400 anderen Folgen in diesem Podcast, sondern heute an einem Samstag. Und dafür gibt es auch einen ganz bestimmten Grund, denn ich habe vor vier Tagen die Tore geöffnet für meinen neuen Online-Kurs Hard Wide Open. Das ist ein Kurs für erfüllte Beziehungen und Partnerschaften, wo es um Liebe geht und darum, dein Herz zu eröffnen und all diese Mauern um dein Herz abzubauen. Und du hast die Möglichkeit, dich noch bis morgen dafür anzumelden und weil so viele Fragen zu dem Kurs reingekommen sind, habe ich mir überlegt, dass ich hier gerne die Möglichkeit nutzen möchte, mit dir darüber zu sprechen, die Fragen zu beantworten, dass du dadurch die Möglichkeit hast, für dich einfach auch nochmal reinzufühlen, ob der Kurs für dich das Richtige ist und was vielleicht für dich gerade in deinem Herzen wichtig ist an Fragen und Antworten, die du im Moment suchst. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Nimm dir gerne die Zeit, dich ganz entspannt irgendwo hinzusetzen oder spazieren zu gehen und mir ein bisschen zuzuhören und die Antworten auf diese wunderschönen Fragen zu bekommen. Und ich freue mich, dass du da bist. Ganz viel Spaß. Und jetzt geht's los mit dem Q&A zum Thema erfüllte Beziehungen und Partnerschaften. So schön, dass du da bist. Wir fangen diese Folge ein bisschen anders an. Ich würde gerne mit einer kurzen Meditation starten, damit du einfach auch hier den Raum nehmen kannst, in dein Herz zu kommen, bei dir anzukommen, weil ich weiß nicht, wie dein Tag war, aber du hast wahrscheinlich heute auch ganz viel erlebt, hast deine Gedanken und Gefühle wahrscheinlich gerade überall und du hast jetzt einmal die Möglichkeit, hier bei dir anzukommen und dann starten wir gleich gemeinsam los in das Q&A. Also finde für dich gerne einen bequemen Sitz oder falls du gerade in der U-Bahn unterwegs bist, im Auto solltest du die Meditation einfach mit offenen Augen mitmachen und nimm dir hier gerne den Moment, einmal deine Augen zu schließen. Wenn du möchtest, kannst du gerne eine Hand auf dein Herz legen oder du legst deine Hände einfach mit den Handflächen nach oben auf deine Knie ab und dann schließ sie für einen Moment, deine Augen und nimm hier einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, durch den Mund aus und bring hier deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Spür hier bewusst deinen Herzschlag. Stell dir vor, wie du so eine Art Check-in machst in deinem Herzen. Schau hier einmal, was dein Herz gerade beschäftigt. Welche Frage vielleicht da ist in deinem Herzen an dich. Welche Gefühle gerade da sind. Spür hier rein, wie es deinem Herzen geht. Und all das, ohne es zu bewerten. Einfach nur wahrnehmen, dich für einen Moment spüren, dein Herz spüren, die Liebe in dir spüren. Und wir alle bauen im Laufe unseres Lebens an einem bestimmten Punkt Mauern um unser Herz, weil wir denken, dass wir uns damit schützen können, verletzt zu werden und dass wir sicherer sind hinter dieser Mauer. Aber in Wahrheit führt diese Mauer zu nichts anderem, als dass du dich trennst. Trennst von dir, trennst von der Liebe in dir, trennst vom Leben und von Menschen, die dich gerne lieben möchten. Doch hier, fühl einfach mal in dich hinein und ganz intuitiv nimm einmal die Mauer um dein Herz wahr und auf einer Skala von 0 bis 10, wo 0 ist es gar keine Mauer da, hin zu 10, die Mauer ist mit riesen Burggraben und Schützenhoben auf der Mauer und Hängebrücke und unüberwindbar. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß ist deine Mauer? Wie hoch ist die Mauer um dein Herz? Spür hier einfach rein, auch ohne es zu bewerten, nimm es einfach nur wahr. Umso mehr du da für dich selber ins Bewusstsein kommst, wo du stehst, desto leichter kannst du auch anfangen, die Mauer vielleicht Stein für Stein wieder abzubauen. Und dann nimm dir hier nochmal einen Moment der Dankbarkeit für dich, für dein Leben, für dein Herz, dein Herz, das das erste Organ war, das sich in deinem Körper entwickelt hat. Alles, alles beginnt mit deinem Herzschlag. Dieses Herz, das dich so sehr liebt und das sich nichts mehr für dich wünscht, als dass du liebst, dass du dir erlaubst, geliebt zu werden und dass du diese unendliche Liebe, die in deinem Herzen ist, nicht länger zurückhältst, in dir hältst, sondern dir erlaubst, sie nach draußen zu bringen. Spür hier nochmal für einen Moment in dein Herz rein. Und wenn du möchtest und es sich für dich richtig anfühlt, dann kannst du hier zu deinem Herzen sagen, ich fühle dich und ich werde alles tun, was ich kann, um dich zu befreien, um dich zu öffnen. Und diese Mauer, um mein Herz wieder abzubauen. Denn alles beginnt in dir und mit der Entscheidung, die Dinge vielleicht ab heute ein bisschen anders zu machen als gestern, damit dein Morgen nicht genauso ist wie gestern, sondern du heute ein neues Morgen bestimmen kannst. und nimm gerne einmal deine Hände in Gebetshaltung vor deinem Herzen zusammen als ein Zeichen der Einheit, der Verbindung mit dir selbst. Senke dein Kinn zu deinen Fingerspitzen, atme hier einmal tief durch die Nase ein. Michte den Mund aus und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen, komm langsam zurück ins hier und jetzt spür einmal in dich hinein, spür einmal nach, was sich vielleicht bei dir verändert hat, was sich in deiner inneren Welt verändert hat und dadurch auch in deiner äußeren Welt. Und wenn du möchtest, nimm dir vielleicht auch kurz einen Stift, einen Zettel, mach einen Moment Pause, schreib dir auf, was du für Gedanken hattest, was du für Gefühle hattest, schreib dir mal die Zahl auf von 0 bis 10, wie hoch die Mauer um dein Herz ist. Und manchmal ist das ganz spannend, wenn man sich mal so Notizen macht und du dann in einem halben Jahr vielleicht nochmal auf die Notiz guckst und nochmal so ein Check-in in dir selber machst und feststellt, hey, voll geil, ist von einer 8 auf eine 4 vielleicht runtergegangen. Okay, ihr Lieben, lasst uns losstarten. Es sind ganz, ganz viele Fragen reingekommen zum Thema Beziehungen, zur Heart Wide Open, zum Thema erfüllte Partnerschaft und es waren ein paar Fragen dabei, die ihr geschickt habt, wo ich zwischen den Zeilen lesen konnte, dass es um physische, sexuelle, psychische Gewalt ging. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, hier an der Stelle einmal zu sagen, ich bin keine Expertin für dieses Thema, deswegen habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, auf diese Fragen nicht einzugehen. Ich habe aber in den Shownotes ganz viele Links reingepackt, wenn du davon betroffen bist, in deiner Beziehung auf irgendeine Art und Weise dich bedroht zu fühlen in deiner Beziehung oder vielleicht tatsächlich die Erfahrung von Gewalt zu machen, dann schau sehr, sehr gerne in die Shownotes. Wir haben, also mein Team und ich, wir haben ganz viele Links rausgesucht, zu Anlaufstellen, wo du Hilfe bekommen kannst, egal ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, weil Gewalt betrifft nicht immer nur Frauen, sondern es gibt genauso Männer, die davon betroffen sein können. Deswegen, falls du davon betroffen sein könntest, bitte geh in die Shownotes, schau dir das an und es gibt so viele tolle Menschen, die genau dafür ausgebildet sind, dich in so einer Situation zu unterstützen. Okay? Das einmal als kleiner Disclaimer hier ganz am Anfang. Okay, so, let's go. Die erste Frage kommt von Rebecca. Rebecca fragt oder sagt, mein sehnlichster Wunsch ist es, seit jeher eine erfüllende, romantische Liebesbeziehung zu haben. Bislang hat sie mich nicht gefunden und bei denjenigen Männern, bei denen das Interesse auf Gegenseitigkeit stieß, hörte ich innerlich immer wieder die Stimme, die Nein sagt. Kann ich meiner Stimme vertrauen, dass es bislang einfach nicht der Richtige war oder gilt es innerlich etwas aufzulösen, damit ich Ja sagen kann und mich auf eine verbindliche Beziehung einlassen kann? Sehr geile Frage, Rebecca. Erstmal Dankeschön. Es gibt ein paar Punkte, wo ich gerne drauf eingehen möchte bei dieser Frage. Das erste ist, dass du sagst, bislang hat sie mich nicht gefunden, die Beziehung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendwann die Beziehung an deiner Tür anklopfen wird und dich finden wird, sondern eine erfüllende, romantische, schöne Liebesbeziehung ist etwas, wo du die bewusste Entscheidung für treffen kannst und etwas, was du bewusst erschaffst. Das ist nichts, wo du darauf warten solltest, dass sie dich irgendwann findet, sondern allein über deine Sprache da vielleicht zu gucken, anstatt zu sagen, ich warte darauf, dass mich diese Beziehung findet, zu sagen, ich gehe da raus und er schafft das selber. Also vor allen Dingen erst mal in mir. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich deine Frage gelesen habe. Und dann der nächste Punkt, dass du sagst, auf der einen Seite ist dein sehnlichster Wunsch, so eine Beziehung zu haben. Auf der anderen Seite lebst du gerade das Gegenteil. Also ich gehe jetzt davon aus, dass du gerade Single bist, dass du nicht in Beziehung bist und dass du sagst, bislang, immer wenn ein Mann da war, wo das Interesse auf Gegenseitigkeit stieß, hörtest du immer wieder eine Stimme in dir, die Nein sagt und hast dich ja wahrscheinlich dann deswegen auch gegen diese Beziehung entschieden oder dagegen diesen Menschen dann weiter kennenzulernen. Unterschiedliche Gedanken, die mir dabei kommen, ist das Erste, wenn du sagst, das Interesse stieß auf Gegenseitigkeit und du bist aber rausgegangen aus der Beziehung oder es gab eine Stimme in dir, die Nein sagt, dann frage ich mich, ist es wirklich auf Gegenseitigkeit beruhend gewesen? Das ist das eine, weil so wie du dich verhältst, verhältst du dich ja genau gegenteilig. Und das ist eben das, was auch so spannend ist an dieser ganzen Frage und auch an der Frage, die du dann danach hast, kannst du dieser Stimme vertrauen, die zu dir sagt, Nein. Mein erster Impuls an der Stelle ist, Nein, dass du dir höchstwahrscheinlich nicht vertrauen kannst, weil das, was die Stimme ja macht, ist, dass du genau das Gegenteil davon lebst, was du eigentlich gerne leben möchtest. Das bedeutet, höchstwahrscheinlich ist dieses Nein ein Anteil in dir, weil wir haben ja alle ganz viele unterschiedliche Anteile in uns. Du hast diesen einen Anteil in dir, die Romantikerin, die gerne geliebt werden möchte, die in dieser Beziehung sein möchte, die Frau, die genau all das erfahren möchte und du hast dann wahrscheinlich auch noch einen Anteil in dir, der gerne frei sein möchte und Abenteuer erleben möchte und dann hast du offensichtlich auch einen Anteil in dir, der gerne Nein sagt, nämlich in dem Moment, wenn jemand in dein Leben kommt, wo du denkst, oh, der mag mich, den mag ich und jetzt ist eben die spannende Frage, woher kommt dieser Anteil? Was ist das für ein Anteil? Wovor möchte dich dieser Anteil schützen? Und ich würde dir empfehlen, da eben genau für dich einmal hinzugucken und in Kommunikation zu gehen mit diesem Anteil, weil du kannst ihn ja quasi in dir aufrufen, du kannst dir vorstellen, das machen wir übrigens auch ganz, ganz viel in Hard Wide Open, mit genau diesen Anteilen zu arbeiten. Du kannst dir vorstellen, kannst du gerne auch mit mir einmal die Übung im Schnelldurchlauf machen, und dass du dir vorstellst, wenn du dir die Augen schließt und dieser Anteil der Nein sagt, in dem Moment, wo ein Mann in deinem, ich gehe jetzt mal, du schreibst von einem Mann, in dem Moment, wo ein Mann in dein Leben kommt und er mag dich, du magst ihn und dann kommt dieser Nein-Anteil, dass du dir einmal kurz vorstellst, dass du ihn mit diesem Anteil in dir in Verbindung gehst und dir vorstellst, du könntest ihn vor dir sehen, dass dieser Anteil, vielleicht ist es ein Mensch, vielleicht ist es ein Tier, vielleicht ist es ein Fantasiewesen, vielleicht ist es irgendjemand, ein Schauspieler oder etwas in die Richtung, da kannst du komplett frei sein, für dich einmal reinfühlen, wenn dieser Anteil eine physische Form hätte, wie sieht dieser Anteil aus, okay? Und dann kannst du dir vorstellen, du gehst jetzt in Kommunikation mit diesem Anteil, du bittest ihn, dass er sich dir zeigt und dann kannst du dir vorstellen, wie du mit diesem Anteil an einen Ort gehst, wo du dich wohlfühlst, wo es schön ist, wo du das Gefühl hast, hier bist du sicher, hier bist du im Vertrauen und dass du mit ihm reden kannst, vielleicht ist es auch eine sie, I don't know, das ist natürlich komplett dir überlassen, intuitiv, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es, I don't know, ist für dich spannend, also guck da einfach, was es für dich ist, wer da kommt und dann kannst du diesen Anteil fragen, wofür bist du da, wovor schützt du mich und du kannst ihn fragen, wann bist du in mein Leben gekommen, in welchem Moment, weil höchstwahrscheinlich ist dieser Anteil irgendwann in dein Leben gekommen, wo etwas passiert ist, was dich verletzt hat, wodurch du geschlussfolgert hast, dass es für dich sicherer ist, nicht zu nah an einen Menschen zu gehen, den du gerne magst, weil das die Menschen sind, die uns natürlich auch am meisten verletzen können und darin liegt dann all die Heilung, weil in dem Moment, wo du mit diesem Kontakt, mit diesem Anteil in dir in Kontakt kommst und mit ihm sprichst oder mit ihr sprichst, kannst du da, ja, für dich die schönsten Erkenntnisse haben und in dem Moment, wo du auch nicht mehr gegen diesen Anteil anarbeitest oder ihn versuchst, versuchst weghaben zu wollen, in dem Moment kannst du ihn integrieren, das ist dann quasi auch Schattenarbeit, das machen wir auch in Hard Wide Open, wo du dann anfangen kannst zu gucken, hey, was brauchst du eigentlich von mir, um wieder vollständig sein zu können, also was braucht dieser Anteil, um sich sicher zu fühlen, was braucht dieser Anteil von dir, um zu wissen, er muss dich nicht mehr schützen, das ist okay, du bist safe, du bist sicher, du kannst da vollkommen ins Vertrauen gehen und eine neue Erfahrung erschaffen und das ist eben immer das Spannende, dass quasi auf der Bewusstseinsebene wollen wir das eine, wir wollen diese krass, wundervolle, liebevolle, romantische, leidenschaftliche Beziehung und auf der anderen Seite sind wir voll mit inneren Ängsten, die manchmal dann so stark sind, dass sie stärker sind als dieser Wunsch, weil sozusagen in diesem Wunsch eben auch die Gefahr liegt, dass dein Herz gebrochen wird und du einfach wahnsinnig verletzt wirst und dann ist natürlich der sicherere Weg zu sagen, nee, dann gehe ich da gar nicht erst hin. Deswegen hier mein Impuls an dich oder mein, ja, das ist ein Impuls, den ich habe intuitiv, dir zu sagen, geh in Verbindung mit diesem Anteil, guck, woher kommt er, guck, wovor möchte er oder sie dich schützen und was braucht er oder sie, damit da in Spannung reinkommen kann und ein anderer Anteil, nämlich genau der Anteil, der in dieser Beziehung sein möchte, stärker werden kann, sich zeigen kann und eben anfängt, dein Leben zu führen und zu leiten. Genau. Kann ich jedenfalls alles sehr gut nachvollziehen. Also, woher du da kommst und wie es dir damit geht. Ich glaube, damit bist du nicht alleine. Die nächste Frage ist von Katrin. Welche Tipps oder Ratschläge hättest du, für mich sichtbar in Beziehung zu werden, meinen Raum und meinen Raum beziehungsweise Platz einzunehmen und ihn letztendlich auch anzunehmen? Ich tendiere dazu, mich hinter anderen zu verstecken, um sie zu stärken und voranzubringen. Ich würde gerne eine Ebene nach vorn treten und mich gleichwertig sehen sowie behandeln. Ah, megaschön. Vielen Dank, Katrin, für die Frage. In Hard Wide Open haben wir dazu eine ganze Ebene. Es gibt die fünf Ebenen von erfüllter Partnerschaft in Hard Wide Open und eine Ebene davon ist Selbstliebe, wo es darum geht, sich selber den Raum zu nehmen, was du brauchst in deinem Leben, um wachsen zu können, um aufblühen zu können. Und das ist häufig eine Ebene, wo wir in die Erwartung gehen, dass es unser Partner oder unsere Partnerin für uns übernimmt, dass er oder sie uns so lieben soll, damit wir uns selber in uns geliebt fühlen, was natürlich nicht funktioniert. Deswegen ist die Selbstliebe-Ebene auch die wichtigste Ebene, wenn wir über Beziehung sprechen, weil in dem Moment, wenn du in deine eigene Selbstliebe kommst, kannst du natürlich auch eine ganz andere Qualität mit einem anderen Menschen haben. Und auch hier so ein bisschen ähnlich wie bei der ersten Frage kannst du für dich einmal reinfühlen oder für dich einmal gucken, wann, wann hast du für dich in deinem Leben gelernt, dass du, um geliebt zu werden, dich selber zurücknehmen musst. Also woher kennst du das aus vielleicht deiner Kindheit, dass es wichtig war, dass du dich um andere kümmerst, dass du anderen immer den Raum gibst und dich selber quasi zurücknehmen musst, damit du geliebt wirst. Und genau diesen Anteil zu heilen und da hinzugehen und zu gucken, was er oder sie braucht und da eben diese Glaubenssätze, die dahinter stehen, nämlich ich werde nur geliebt, wenn ich mich um andere kümmere, wenn ich anderen den Raum nehme und in dem Moment, wo ich mich vielleicht nach vorne stelle und meine Bedürfnisse kommuniziere, dann findet eine bestimmte Form von Abbruch der Beziehung statt oder von einer Verletzung und davor willst du dich schützen. Das heißt, es ist hier genauso wie bei der ersten Frage eigentlich auch, dass es darum geht, für dich zu gucken, woher kommt das, woher kommt diese Überzeugung und im nächsten Schritt mit diesem Anteil zu arbeiten, den zu heilen und eine neue innere Überzeugung aufzubauen, wie zum Beispiel, es ist das Wichtigste überhaupt, dass du dir deinen Raum nimmst in deiner Beziehung und nach vorne gehst und dich zeigst mit deinen Bedürfnissen, denn ansonsten wirst du nie eine erfüllte Partnerschaft erschaffen können. Weil so ist es ja gerade, es ist absolut, also was heißt absolut, aber es ist zu einem großen Teil dann im Mangel die Beziehung, in der du bist und sie kann für dich nur langfristig zur Frustration führen, weil du dich selber aufgibst, um geliebt zu werden, aber es funktioniert natürlich einfach nicht, weil am Ende musst du bei dir anfangen und gucken, wie du dir die Liebe geben kannst und auch den Raum geben kannst, dich zu zeigen und ich würde dir empfehlen, da auch dir vielleicht einen Moment oder was heißt, einen längeren Moment für dich selber zu nehmen und auch nochmal zu gucken, okay, wie sieht es denn ganz konkret aus, wenn du dir deinen Raum nimmst? Womit möchtest du diesen Raum füllen? Wie bist du, wenn du dir Raum nimmst? Wie kannst du dir deinen Raum auf eine liebevolle Art und Weise nehmen? Und wie möchtest du deine Zeit verbringen? Wie möchtest du dich zeigen? Was sind wirklich deine Bedürfnisse? Was sind wirklich deine Werte? Und dass du dir wirklich den Moment nimmst, dich mit dir selber allein dafür dir einmal den Raum zu nehmen, dir selber wirklich gute Fragen zu stellen und zu gucken, was brauchst du eigentlich für dich? Und wie sieht das dann auch ganz konkret aus? Und auf der anderen Seite eben für dich auch zu erkennen, dass unbewusst du auf irgendeine Art und Weise einen Glaubenssatz hast, dass es für dich nur Liebe gibt, wenn du dich selber zurückstellst und dich um andere kümmerst. Und wenn du es schaffst, das für dich umzudrehen und zu sehen, dass du auch absolut geliebt bist und sicher bist und richtig bist, wenn du dir deinen Raum nimmst, eine ganz neue Qualität von Partnerschaft entstehen kann, weil es eben von deiner Seite auch keinen Vorwurf mehr gibt an deinen Partner oder deine Partnerin, weil das passiert dann nämlich auch, dass dadurch, dass du dir den Raum selber nicht gibst, du einen Vorwurf an ihn oder sie hast, dass du das bei ihm oder ihr nicht machen kannst, obwohl dein Partner oder deine Partnerin eigentlich gar nichts dafür kann, aber unbewusst findet das natürlich auch statt. Genau, das wären einmal die zwei Punkte, die ich dir dazu mitgeben würde und wie gesagt, in Heart Wide Open machen wir dazu unter anderem eine wunderschöne Meditation auf der Ebene der Selbstliebe, wo du in Kontakt kommen kannst und es geht auch viel darum, für dich selber deine Bedürfnisse zu erkennen, deine Werte zu erkennen und wirklich zu gucken, was für dich wichtig ist, um dir genau deinen Raum zu geben in deiner Beziehung. Okay, wir kommen zur nächsten Frage, die ist von Kati. Kati fragt, wenn ich die Erfahrung von bedingungsloser Liebe nie erfahren habe, was für Möglichkeiten gibt es, diese Erfahrung in meinem Leben zu geben und zu bekommen. Okay, erstmal super schöne Frage. Ich habe einen Gedanken dazu, als Mutter und aufgrund der Erfahrung, schwanger zu sein, in dem Moment, wo sich ein Mensch dafür entscheidet, schwanger zu sein und ein Kind auf die Welt zu bringen, das ist bedingungslose Liebe, weil du dich selber in dem Moment komplett hergibst, um ein Leben erschaffen zu können. Das heißt, auch wenn es sich vielleicht für dich nicht so angefühlt hat oder später in Kontakt mit deiner Mutter, ich weiß nicht genau, welche Erfahrungen du gemacht hast, kannst du davon ausgehen, dass allein dadurch, dass sie dich auf die Welt gebracht hat, dass eine Form von bedingungsloser Liebe da war, weil sonst hätte sie dich nicht auf die Welt gebracht. Das einmal als vielleicht neuen Gedanken in deinem System, der sich vielleicht gerade ein bisschen radikal anfühlt, aber der, glaube ich, auf einer bestimmten Ebene etwas in dir verändern kann. Das ist das eine. Das andere ist, so viele Menschen leben ihr Leben aus dem Gedanken heraus, dass das, was sie erfahren haben in der Vergangenheit, das definieren wird, wie sie ihre Zukunft erschaffen und nutzen quasi ihre negativen Erfahrungen, ihre Traumata, die sie erschaffen oder nicht erschaffen haben, aber erfahren haben, um da die ganze Zeit drin zu bleiben, um in diesem Modus zu bleiben, um das zum Teil auch, hör es bitte auf der richtigen Ebene, dich nicht angegriffen zu fühlen, zum Teil aber auch, weil es uns klein hält und uns ermöglicht, immer in diesem Vorwurf zu sein ans Leben und nie wirklich ganz mitspielen zu müssen, nie wirklich ganz ins Risiko gehen zu müssen. Das heißt, dass wir manchmal einen unbewussten Vorteil davon haben, tatsächlich an solchen Gedanken festzuhalten, weil wir uns eben nicht ganz öffnen müssen, weil wir in dieser Abwehr bleiben können, weil wir immer sagen können, naja, nee, es geht ja alles nicht, weil ich habe ja nie diese bedingungslose Liebe erfahren und du kommst aus einem Ort auf der Seelenebene, wo Liebe ist, du bist bedingungslose Liebe, das ist deine Uressenz, deine Seele ist Liebe, du kommst aus einem Ort von Liebe und du wirst an einen Ort der Liebe zurückgehen und hier in diesem Leben ist eben deine Aufgabe, genau diese Liebe wieder in dir zu erschaffen, diese Liebe in dir zu finden und dich daran zu erinnern, dass das genau dein spiritueller Weg ist, nämlich all das loszulassen, was sich davon abhält, in genau dieser Liebe zu sein. Das ist die eine Aufgabe, die wir alle haben auf dieser Welt, zu dieser Liebe zurückzukehren. Bedeutet, nur weil du, also nur in Anführungsstrichen, du keine bedingungslose Liebe oder du denkst, keine bedingungslose Liebe bis jetzt erfahren zu haben, ist das ein Grund mehr, wenn nicht der Grund, für dich zu sagen, alles daran zu setzen, jetzt bedingungslose Liebe für dich zu erschaffen, weil sie ist in dir und am besten fängst du damit an, dir selbst diese bedingungslose Liebe zu schenken, dir selber zu sagen, ich liebe dich bedingungslos, obwohl du nie bedingungslos geliebt worden bist. Und das kann alles verändern. Und so oft sagen wir uns selbst, haben wir diese Kausalität in unserem Kopf, dieses Wenn, dann, weil das, weil das so war, ist es heute so. Und diese Kausalität führt dann dazu, dass wir eine bestimmte Realität für uns erschaffen, die für uns komplett logisch ist, weil wir haben ja die ganze Geschichte dazu, wir haben die ganzen Argumente dazu. Und wenn du anfängst, diese Kausalität mal zu hinterfragen, weil, wer sagt denn, nur weil du bisher keine bedingungslose Liebe erfahren hast, dass du diese bedingungslose Liebe nicht ab jetzt, ab genau diesem Moment in dir erschaffen kannst. Dafür gibt es ja kein Gesetz, was irgendwo festgeschrieben ist, sondern das ist etwas, was du dir selbst gesagt hast, wofür du dich selbst entschlossen hast. Das ist deine Kausalität. Du hast gesagt, weil es nicht so war, ist es heute so. Und so funktioniert unser Gehirn. Das Gute ist, du hast ein Herz und dein Herz kann fühlen und dein Herz ist die Quelle von Liebe. Und in dem Moment, wo du anfängst, da hinzugehen und zu heilen und dir zu erlauben, diese Mauer abzubauen, kann diese bedingungslose Liebe fließen. Und ja, deswegen, ich würde dir an dem Punkt wirklich einfach den Gedanken mitgeben, nur weil du bis jetzt keine bedingungslose Liebe erfahren hast, heißt das nicht, dass du die nicht ab sofort in genau diesem Moment beginnen kannst, für dich selber zu erschaffen. Es beginnt eh in dir und es ist eine Entscheidung und es ist ein Weg, es ist ein Prozess und es kann der schönste Weg deines Lebens werden, weil er dich zu dir selber führt, weil er dich in dein Herz führt. Und ich glaube fest daran und es gibt so viele inspirierende Geschichten von Menschen, die keine bedingungslose Liebe erfahren haben in ihrem Leben und die sie aber dann selber erschaffen haben. Und ich glaube, das ist auch eines der größten Geschenke, die wir uns selber machen können, dass wir uns eben nicht davon definieren lassen, was war, sondern du dich davon definieren lässt, was kommt. Und du wirklich dahin gehst und sagst, okay, was ist das denn, was ich haben will? Was ist das, was ich erschaffen möchte? Und wer müsste ich sein, um das erschaffen zu können? Wie denkt diese, also kleines Gedankenspiel, wenn du dir vorstellst, du triffst dich selber in einem Jahr von heute und du hast bedingungslose Liebe in dir, du lebst bedingungslose Liebe, du bist vielleicht in einer erfüllten Partnerschaft mit einem Mann, mit einer Frau, die dich genauso bedingungslos liebt. Was hat diese Kati gemacht, um da hinzukommen? Welchen neuen Gedanken hat sie vielleicht akzeptiert? Was hat sie geheilt? Was hat sie losgelassen? Wo hat sie entschlossen, das nicht mehr zu glauben? Und dass du anfängst, anstatt dich mit dieser Kati aus deiner Vergangenheit zu verbinden, die all diese Gründe hat, warum bedingungslose Liebe in deinem Leben nicht funktioniert. Du sagst, hey, war cool, danke, dass wir den Weg so lange jetzt zusammengegangen sind und du anfängst, mit der anderen Kati aus deiner Zukunft ein bisschen mehr zu telefonieren und sie fragst, hey, was hast du gemacht? Wie hast du es gemacht? Welche Entscheidung hast du getroffen? Was hat dir geholfen? Zu welchen Menschen bist du vielleicht gegangen? Welche Tools hast du genutzt? Und so weiter und so fort. Also, dass du quasi anfängst, wirklich mit dieser Version aus deiner Vergangenheit, aus deiner Zukunft zu arbeiten und diese Energie, ins Hier und Jetzt zu holen und einfach mal dir jeden Tag einen Moment nimmst, es reicht dir eine Minute, morgens, wenn du aufwachst, dir einfach diese Minute zu nehmen und dir einfach nur vorzustellen, wie es wäre, in bedingungsloser Liebe zu sein. Es dir einfach nur vorzustellen, einfach nur als verrücktes Gedankenspiel. und du anfängst, deine ganze Biochemie, deinen ganzen Körper langsam umzutunen und dir erlaubst es überhaupt erst mal zu fühlen und da reinzugehen, es dir vorstellen zu können. Weil nur wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es überhaupt erschaffen. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Es ist eins der schönsten Dinge, eins der schönsten, es ist wahrscheinlich das Schönste im Leben, selber in Kontakt zu kommen mit dieser Liebe und es eben nicht mehr im Außen zu suchen, sondern dir zu erlauben, es in dir selbst zu finden. Dann verändert sich übrigens auch alles um dich herum. Okay, die nächste Frage kommt von Vanessa und sie fragt, wie schaffe ich es, mich nicht mehr mit meinem Partner zu vergleichen oder im Konkurrenzdenken zu sein? Mir gelingt es leider nicht immer, den Fokus auf mich selbst zu halten. Erstmal mega cool, dass du da in das Bewusstsein kommst und es überhaupt wahrnimmst, dass du in diesem Konkurrenzdenken bist, weil das ist immer der erste Punkt, dass wir anfangen können, etwas zu verändern, wenn wir uns über solche Themen bewusst werden. Deswegen good job an der Stelle schon mal. Der nächste Gedanke, der mir dazu kommt, ist auch hier wieder zu gucken, wann hast du vielleicht gelernt für dich, dass Liebe mit Leistung verbunden wird? Also, dass du für dich auch immer denkst, du musst dich mit jemand anderem vergleichen und so wie du bist, bist du nicht richtig. Du musst irgendwie besser sein, du musst irgendwie anders sein. Das ist das eine, wo du für dich, glaube ich, einmal hingucken kannst. Und das andere ist, es vielleicht auch positiv zu sehen, weil es kann ja auch total cool sein, sich zu vergleichen und es kann ja auch total inspirierend sein, den Partner oder die Partnerin als jemanden zu sehen, wo du denkst, okay, es ist mega krass, was er oder sie machen. Es ist irgendwie inspirierend und es ist cool und ich will vielleicht auch so sein an der einen oder anderen Stelle. Und anstatt das irgendwie als etwas zu nehmen, was du abwertest und sagst, ich darf mich nicht mit ihm oder ihr vergleichen, eher zu gucken, hey, also erstmal ist es ja voll die Wertschätzung auch an deinen Partner oder an deine Partnerin und es so zu sehen, dass es dich inspiriert und zu gucken, okay, was kann ich von ihm oder ihr vielleicht lernen, wo kann ich besser werden, weil ich glaube, Beziehung ist natürlich neben der Tatsache, dass es der größte Triggerraum ist, den wir alle haben und das größte Wachstumspotenzial hat. Auf der anderen Seite ist Beziehung ja auch total schön, weil es dich selber auch ja immer auffordern kann, miteinander zu wachsen und einander besser werden zu lassen auf eine ganz liebevolle und schöne Art und Weise und ich glaube, das würde ich dir an der Stelle einfach mitnehmen, da gar nicht so sehr gegen anzuarbeiten und zu denken, dass es irgendwie falsch oder irgendwie schlecht ist, sondern eher für dich zu gucken, wie kannst du das positiv verändern und wie kannst du es für dich nutzen und deinem Partner oder deiner Partnerin eher sagen so, hey, ich finde dich so geil, ich finde es so cool, wie du das machst und ich wäre auch gerne so, wie machst du das? Hilf mir dabei, genauso zu werden oder es auf meine Art und Weise genauso zu machen und eher den Raum da für dich, für Wachstum aufzumachen und ich glaube, das ist ja auch das Schöne irgendwie in Beziehung, dass wir dann ineinander in dem anderen oder in der anderen Seelenaspekte von uns selber sehen, die wir uns vielleicht bis jetzt noch gar nicht erlaubt haben zu leben, wo wir uns selber vielleicht klein gehalten haben und manchmal kann das dann sein in Form, dass es uns triggert, dass es genau das ist, was uns an unserem Partner oder an unserer Partnerin nervt, dass er oder sie genau so ist, weil es eigentlich Anteile in uns sind, die genau so auch sein wollen, die von uns selber aber unterdrückt werden. Das ist das eine, wo du natürlich für dich auch immer gucken kannst, aber auf der anderen Seite kann es ja genauso sein, dass du das siehst und für dich sagst, so ey, geil, ja, ich wäre auch gern so und ich würde es auch gerne so oder so machen können oder es so oder so sehen können und genau, es ist einfach vielleicht da ein bisschen spielerischer, leichter mit mehr Freude zu machen und dich eben nicht dafür abzuwerten, sondern zu sagen, okay, geil, erstens, ich habe so einen coolen Partner, so eine coole Partnerin, die ich so feiere und wie ich auch gerne wäre und das ihm oder ihr vielleicht auch zu sagen, ist ja voll das schöne Kompliment und es im nächsten Schritt dann für dich einfach zu sehen, als die Möglichkeit, Seelenaspekte von dir zu zeigen, die du vielleicht bis jetzt noch nicht gezeigt hast oder noch nicht gelebt hast. Die nächste Frage ist von jemandem, der keinen Namen angegeben hat. I don't know who you are. Die Frage ist, ich bin Single beziehungsweise geschieden. Ich denke, ich brauche keine romantische Beziehung, weil ich meine Freiheit über alles liebe. Wie kann ich mich einer Liebe doch öffnen, ohne das Gefühl zu haben, es geht nur, wenn ich meine Freiheit abgebe? Uff, gute Frage. Sehr, sehr coole Frage. Okay, also ein Gedanken, den ich dazu auf jeden Fall habe, ist, dass es ein Riesenmissverständnis über Freiheit gibt und dass wir oft glauben, Freiheit bedeutet, sich alle Optionen offen zu halten. Weil das lässt uns ja so frei sein. Dann haben wir alle Optionen. Die Wahrheit ist aber, wenn du dir alle Optionen offen hältst, hast du am Ende nichts, weil du die ganze Zeit alles offen hältst. Und in dem Moment, wenn du dich entscheidest, wenn du dich für eine Sache entscheidest, wenn du dich für etwas festlegst, wenn du dich für einen Menschen festlegst, wenn du sagst, das ist er oder sie, mit dem ich zusammen sein möchte, in dem Moment bist du frei, weil du eine ganz andere Erfahrung machen kannst und eine Klarheit hast und etwas bekommst, nämlich mit diesem einen Menschen diese Erfahrung machen zu können. Und ich finde diesen Gedanken so powerful, weil es dir ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, dich festzulegen auf etwas. Und nur wenn du dich auf etwas festlegst, nur in dem Moment, wenn du eine Entscheidung triffst, kann ja überhaupt etwas entstehen, kann überhaupt eine Entwicklung stattfinden. Und da eben einfach den Impuls von mir an dich, ich glaube, dass Beziehung, eine gesund, erfüllte, gelebte Beziehung den größten Raum an Freiheit für dich hat. Weil das der Raum ist, wo du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Das ist der Raum, wo du so geliebt werden kannst, wie du wirklich bist. Und auf der anderen Seite, aber hier auch vielleicht dann an dich nochmal die Frage, wo hast du vielleicht in deinem Leben die Erfahrung gemacht, vielleicht bei deinen Eltern, Menschen, die du kennengelernt hast, als du ein Kind gewesen bist, wo du beobachtet hast oder wo der Blueprint ist von Beziehung, den du mitbekommen hast, dass Beziehung auf irgendeine Art und Weise Freiheit einschränkt. Also das muss ja bei dir irgendwo im Hintergrund der Glaubenssatz sein, dass in dem Moment, wo du in Beziehung bist, bist du nicht mehr frei. Und das ist natürlich spannend, dann da an der Stelle vielleicht auch nochmal hinzugucken, woher kommt dieser Glaubenssatz, wo hast du den Herr, wovor schützt dich dieser Glaubenssatz vielleicht auch, weil es ist natürlich schon nice, immer zu sagen so, ich liebe meine Freiheit über alles und deswegen muss ich niemals in dieses Ding von Beziehung reingehen, vor dem du wahrscheinlich einfach eine ziemlich große Scheißangst hast. Und so ist unser Unterbewusstsein manchmal ziemlich smart, dass wir uns dann so Dinge erzählen, wie ich liebe meine Freiheit so sehr und meine Freiheit ist das Allerwichtigste für mich und deswegen lege ich mich nicht auf einen anderen Menschen fest, während dahinter in Wahrheit einfach nur Angst steht. Die Angst davor, dich auf jemanden einzulassen, die Angst davor, dein Herz aufzumachen, die Angst davor, wirklich mit jemandem zu sein, weil es ist schwierig, es ist hart, aber darin liegt am Ende deine größte Freiheit. Weil das ist das, wo du dich selber wirklich erkennen kannst, das ist das, wo du wirklich, ja, wo du dich selber wirklich finden kannst in einem anderen Menschen. Das hat das Universum ziemlich smart eingerichtet, dass wir uns nur miteinander erkennen können. Du kannst dich nicht selbst erkennen, allein. Es geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Wir brauchen einander, um uns selber zu sehen, um uns selber erkennen zu können und das ist, und vor allen Dingen, um heilen zu können. Und das vielleicht als, ich weiß nicht, ob du meine Antwort jetzt gerade magst, aber das ist in Ordnung. Manchmal ist es wichtig, glaube ich, so was zu hören, um so ein bisschen aus diesem eigenen Gedanken, Ding rauszukommen und die Dinge mal komplett von einer anderen Perspektive zu sehen. Also, denk mal darüber nach, ob deine Freiheit, die du so liebst, wirklich die Freiheit ist, die du so liebst, oder ob diese Freiheit in Wahrheit eher eine gut verkleidete, hübsche Angst ist, die dich immer wieder raus ins Leben zieht, damit du eben nicht in Beziehung gehen musst. Okay. Die nächste Frage. Mario fragt, meine Partnerin hat sich von mir getrennt, ohne triftigen Grund, redet nicht mehr mit mir darüber, läuft wieder weg, als über Probleme zu reden. Wie soll ich damit umgehen und vor allem abschließen, wenn vieles nicht geklärt ist? Auch eine super Frage. Erstmal tut es mir leid, dass du natürlich gerade die Erfahrung machst von Trennung. Ich glaube, das Wichtigste jetzt in dem Moment, wenn deine Ex-Partnerin ja in dem Moment nicht wirklich zur Verfügung steht, um Themen klären zu können, weil sie davor wegläuft, weil sie vielleicht ihre Ängste hat, weil aus was für Gründen auch immer sie jetzt gerade nicht zur Verfügung steht, nicht darauf zu warten, dass du heilen kannst. Also nicht darauf zu warten, dass sie kommt oder mit dir spricht, damit du heilen kannst. Du brauchst sie jetzt gerade nicht, um heilen zu können, sondern vielleicht ist es gerade für dich einfach wichtig, dir Unterstützung zu holen, vielleicht in Form von einem guten Therapeuten, einem guten Coach, vielleicht meiner Familie eine Aufstellung zu machen, in die Vergebungsarbeit zu gehen, vor allen Dingen vielleicht auch in die Selbstvergebung zu gehen und dir jetzt den Raum zu nehmen, eben nicht auf sie zu warten, nicht darauf zu warten und zu denken, ich muss auf sie warten, damit ich irgendwie klarkomme, damit ich heilen kann, damit ich die Dinge klären kann, sondern für dich zu sagen, okay, es ist ein schwieriger Moment und was kann ich jetzt gerade für mich selber tun, was kann ich dafür tun, dass es mir einigermaßen gut geht, was sind die Fragen, die ich vielleicht gerade habe, die ich mit mir selber klären kann und vielleicht irgendwo, vielleicht schaffst du es irgendwo in dir diesen Ort des Mitgefühls für sie zu finden und zu sehen, dass sie einfach gerade an einem ganz anderen Punkt als du stehst, dass sie vielleicht verletzt ist, dass was auch immer gerade in ihrer Welt alles passiert, aber dass es vielleicht gerade auch richtig ist, dass sie sich diesen Raum nimmt, nicht darüber zu sprechen, genauso wie du für dich den Raum nehmen kannst, es für dich zu klären und mit der positiven Absicht, dass es den Moment geben wird, wo ihr euch vielleicht trefft, wo ihr nochmal Dinge klären könnt, aber ich würde nicht darauf warten, ich würde nicht darauf warten, heilen zu können, es für dich klären zu können, bis sie wieder da ist, weil du weißt nicht, ob dieser Moment kommen wird und dein Leben ist viel zu kurz und viel zu schön, als dass du jetzt darauf wartest, dass jemand zurück in dein Leben kommt, der oder die sich offensichtlich entschieden hat, das nicht mehr zu wollen und da eben auch in die Selbstliebe zu gehen und zu sagen, hey, höchstwahrscheinlich hat das Leben einfach was viel, viel Besseres mit dir vor und darauf auch zu vertrauen und jetzt deine Arbeit bei dir zu machen, in deine Kraft zu kommen, in deine Liebe zu kommen, dich mit deinen Werten zu beschäftigen, dich mit dem zu beschäftigen, was für dich wichtig ist und bei Hard Wide Open gibt es übrigens auch ein super cooles Modul oder was heißt, ein Modul ist es glaube ich nicht, so eine ganze Session zum Thema Vergebung vom Ex-Partner und Ex-Partnerin, deswegen ist das für dich vielleicht auch nochmal ganz spannend. Joel fragt, kann Kommunikation auch gelingen, wenn nur einer in der Beziehung daran interessiert ist und wenn ja, wie? Relativ kurze Antwort, nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass Kommunikation gelingen kann im Sinne von, dass man eine positive, gute Kommunikation hinbekommt, wenn nur einer von beiden an dieser Kommunikation interessiert ist. Zweite Frage dazu, wozu bist du mit jemandem zusammen, der nicht mit dir oder die nicht mit dir kommunizieren möchte? Also wozu begibst du dich in eine Beziehung zu einem Menschen, der oder die nicht sprechen möchte, nicht kommunizieren möchte? Dass du für dich da auch nochmal guckst, okay, was ist der Grund dafür, was ist vielleicht auch dein Vorteil davon, dass du mit diesen Menschen in Beziehung bist? Was gibt es vielleicht für dich da zu heilen und aufzulösen? Woher kennst du das vielleicht aus deiner Kindheit, aus früheren Beziehungen, dass nicht richtig mit dir kommuniziert worden ist, dass deine Bedürfnisse vielleicht nicht wahrgenommen worden sind? Und die andere Frage, die ich dann reingeben würde, noch ist für dich zu gucken, aus welchem Grund oder was ist vielleicht die Angst dahinter, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht kommunizieren möchte? Also da auch nochmal einen Schritt zurück zu gehen und zu schauen, wir haben ja alle immer Gründe und Intentionen, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Häufig ist es auch Schutz und für dich nochmal zu gucken, okay, wovor hat dein Partner oder deine Partnerin vielleicht Angst in der Kommunikation? Und dann vielleicht versuchen, von dieser Richtung einmal zu kommen, anstatt einen Vorwurf zu machen, zu sagen, ey, du redest nie mit mir, was ist eigentlich los mit dir, was ist dein Problem, ich bin sauer, und dann diese Straße runterzufahren, die eh immer eine Sackgasse ist, vielleicht einfach zu gucken, aus der Richtung zu kommen, des Mitgefühls und zu versuchen, zu verstehen, okay, was ist bei ihm oder ihr vielleicht eigentlich wirklich los, weil das Problem ist ja nie das Problem. Es steht ja immer hinter dem Problem eigentlich ein ganz anderes Problem und das ist spannend, das vielleicht für dich herauszufinden, was ist eigentlich tatsächlich das Problem von deinem Partner oder deiner Partnerin, dass er oder sie nicht kommunizieren möchte. Habt ihr vielleicht ein Vertrauensproblem? Fühlt er oder sie sich nicht sicher genug, mit dir, um wirklich kommunizieren zu können? Und dann beginnt the magic of Beziehungswork, da wirklich dann zu gucken, okay, was ist eigentlich wirklich das Thema dahinter und zu gucken, ist er oder sie bereit, das anzugucken mit dir zusammen? Wenn nein, musst du dir natürlich die Frage stellen, ob du in einer Beziehung sein möchtest mit jemandem, der nicht mit dir kommunizieren möchte. Weil die Frage, ob das erfüllend sein kann, ist, glaube ich, relativ leicht zu beantworten? Und dann auch wieder da den nächsten Schritt in die Selbstliebe zu gehen und zu gucken, okay, möchte ich das? Möchte ich vielleicht eine andere Erfahrung machen? Liebe ich mich genug, um mich aus etwas zu lösen, was für mich eigentlich nicht gut ist? Okay, ihr Lieben, wir kommen zur letzten Frage. Die Frage kommt von Markus. Meine Freundin wurde in ihrer letzten Beziehung betrogen und das Thema hat sie in unsere Beziehung mitgebracht. Und sie ist sehr misstrauisch und eifersüchtig und kontrollsüchtig diesbezüglich. Wie kann ich ihr helfen, davon loszukommen? Also, erst mal, lieber Markus, ich finde es mega schön, dass du ihr helfen möchtest. Das ist allein schon ein riesiges, wunderschönes Zeichen, wie gern du sie hast. Und ich glaube, von da ist es auch schön, dann tiefer reinzugehen und zum einen zu verstehen, dass es bestimmte Dinge in einer Beziehung gibt, die so ein bisschen mehr in die Selbstverantwortung gehen. Und ich glaube, gerade sowas wie Eifersucht, Kontrollsucht, den anderen irgendwie festhalten zu wollen, aus Angst davor, ihn oder sie zu verlieren, würde ich in der Kategorie Selbstverantwortung in einer Beziehung einordnen. Und ich glaube, wie du ihr helfen kannst, ist ihr natürlich zum einen zu versuchen, so gut du es kannst, ohne dass es dich in dir irgendwie einschränkt oder es dir ein schlechtes Gefühl gibt, mit Mitgefühl zu begegnen, ihr zu versuchen, einen sicheren Rahmen zu geben, ihr, wenn du weißt, was ihre Love Language ist, ob es jetzt Worte der Anerkennung ist oder körperliche Nähe oder Geschenke oder was auch immer, ihr natürlich zu versuchen, irgendwie auf ihrer Sprache der Liebe das Gefühl zu geben, hey, du siehst sie, du liebst sie, du bist da, du kümmerst dich um sie. Ihr aber trotzdem auch ganz klar und liebevoll zu sagen, so hey, das ist dein Thema und es ist wichtig, dass du das auflöst und dass du dich darum kümmerst, weil es natürlich einen Effekt auch auf dich hat. und wenn du es schaffst, es auf eine liebevolle Art und Weise zu kommunizieren, machst du für sie ja auch den Raum auf, dass sie in die Heilung kommen kann und es gibt ja auch einen Grund, warum sie in ihrer Vergangenheit genau diese Erfahrung gemacht hat, die sie gemacht hat, wo dahinter wahrscheinlich ein Riesenheilungspotenzial für sie liegt, ihr Bild, was sie von Männern hat aufzulösen, ihr Bild, was sie über Liebe hat aufzulösen und dass du ihr vielleicht einfach liebevoll den Rahmen halten kannst und sagen kannst, hey, pass auf Schatz, ich liebe dich, ich will diese Beziehung mit dir, ich will mit dir zusammen sein und ich brauche dafür von dir unter anderem, dass du dir dieses Thema anguckst und dass du dahin gehst und dass du dir vielleicht Hilfe holst, weil ich mit dir zusammen sein möchte und weil ich glaube, dass es für eine wirklich erfüllte Beziehung schwierig wird, wenn du eifersüchtig bist die ganze Zeit oder kontrollsüchtig bist, weil es ja einen natürlichen Effekt auf eure Beziehung hat und wie es dir auch geht mit der Beziehung. Das wäre, glaube ich, mein Impuls zu dieser Frage, sie liebevoll dahin zu navigieren, Verantwortung für dieses Thema zu übernehmen und zu gucken, was gilt es aufzulösen in ihren Ex-Beziehungen, wo ist vielleicht ein bisschen Vergebungsarbeit ganz sinnvoll und auch die Frage, wozu hat sie vielleicht bis jetzt diese Erfahrung gemacht, also wozu hat sie das in ihrem Leben auch erschaffen, diese Erfahrung vom Betrogenwerden zu machen, nicht weil sie daran schuld ist, sondern weil wir ja bestimmt auf einer bestimmten Seelenebene in dieses Leben kommen, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um diese Erfahrung heilen zu können, um wieder in die Liebe zu kommen und in Heart Wide Open gibt es dazu tatsächlich auch eine Bonus-Section mit einem EFT für Menschen, die eifersüchtig sind, also dass sie das nutzen kann, um auf energetischer Ebene über das Tapping diese Emotionen der Eifersucht für sich zu bearbeiten und loszulassen, was super, super kraftvoll ist und es gibt auch diese ganze Session, wo es darum geht, Ex-Partnern zu vergeben und Menschen, die uns verletzt haben, zu vergeben. Deswegen vielleicht wäre Heart Wide Open für euch als Paar auch einfach mega geil, das zusammen zu machen. Du kannst deine Themen angucken, sie kann ihre Themen angucken und ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, dass Eifersucht eins der Dinge ist, die heilbar sind im Sinne von, dass das was ist, was man wirklich loslassen kann, was man transformieren kann, wenn man selber an diesem Punkt der Liebe wieder in sich selber kommt, in die Selbstliebe kommt und vor allen Dingen für sich auch weiß, dass sie vollständig ist, so wie sie ist und aus diesem Ich brauche dich unbedingt, um irgendwie mich vollständig zu fühlen und du darfst nicht weggehen, weil sonst breche ich irgendwie zusammen. Wenn sie es schafft, da rauszukommen und in ihre eigene Vollständigkeit zu kommen, dann habt ihr dieses wunderschöne Bild von zwei vollständigen Menschen, die sich treffen und das ist der Moment, wo dann eine erfüllte Beziehung stattfinden kann. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen aus diesem Q&A und wie gesagt, du kannst dich noch bis morgen Abend anmelden zur Hardwide Open. Wir starten dann, glaube ich, am 22. August alle zusammen. Du findest den Link zur Hardwide Open in den Shownotes und dieser Kurs war für mich tatsächlich so in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren etwas, was so mein absolutes Herzensprojekt gewesen ist und wo ich selber so viel lernen durfte und wo ich alles, was ich, glaube ich, in den letzten Jahren an Beziehungen, an Liebe selber gelernt habe, losgelassen habe, geheilt habe in mir, reingepackt habe und dieser Kurs ist für Menschen, die in Beziehungen sind, die Single sind und die einfach eine neue Form von Beziehungen leben möchten zu sich selbst und zu anderen Menschen und wirklich diesen Raum aufmachen möchten von erfüllter, glücklicher Partnerschaft und Beziehungen, wo sich einfach zwei Menschen treffen können und etwas komplett Neues, Wunderschönes erschaffen können. Ich freue mich auf jeden Fall euch, auch euch alle, wenn wir uns in Heartwide Open sehen. Ich glaube, es wird eine wunderschöne, tief transformierende, heilsame Reise. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du bei Instagram vorbeischaust at lauramalinaseiler und mir unter dem Post von heute deine Gedanken da lässt. Vielleicht hast du auch noch eine Frage, schreib mir die gerne in die Kommentare und ich werde versuchen, sie zu beantworten und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt und als letzten Impuls vielleicht noch, es gibt Hoffnung, also verlass diesen Stammpunkt, dass du denkst, ich bin halt so und Beziehung ist halt irgendwie schwierig und es ist immer alles dramatisch, sondern in dem Moment, wo du für dich selber die Entscheidung triffst, dass Liebe in deinem Leben kommen darf und dass du vollständig sein darfst und dass es anders sein kann, als du es vielleicht bisher erlebt hast, das ist der Moment, wo etwas vollkommen Neues für dich entstehen kann. Also glaub da dran, dass das für dich bitte möglich ist, weil das ist es und ich wünsche mir für dich von Herzen, dass du diese Erfahrung machen kannst von Liebe, von Erfüllung und in einer Partnerschaft die Sicherheit und die Geborgenheit und die Freude und all das findest, was du dir wünschst. In diesem Sinne, führe dich von Herzen umarmt, es ist so schön, dass es dich gibt, danke für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben und rock on und namaste, deine Lau. Vielen Dank. Vielen Dank.